Jo mein Lieben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mapvorstellung hier im LS19. Wir befinden uns hier heute auf der Map Falkland und ja, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir stehen hier auch schon direkt auf unserem ersten Hofgelände. Hier gibt es also zwei Stück plus ein Forsthofgelände und wir sind hier also auf dem Gelände Nummer 1. Ist auch auf der PDA-Karte sehr schön zu erkennen. Alles super eingezeichnet hier. Ja, Hof 1 direkt gegenüber vom Händler. Und das hier gleich, dieser Bereich, das wird eine ganz interessante Geschichte. Das gucken wir uns gleich mal an. Außerdem haben wir eine Tankstelle hier. Hier, Hof 2 befindet sich auf der anderen Seite dieser, dieses Deich. Ein Deich ist es nicht eigentlich, sondern so ein kleiner, ja doch, so ein kleiner Deich ist es, mit Bäumen bewachsen etc. Also schauen wir uns gleich mal an. Ist nämlich sehr schön gemacht, wie ich finde. Da gucken wir gleich mal aber rüber. Haben hier 31 Felder verbaut in unterschiedlichsten Größen, wie wir das sehen hier. Ganz kleine Felder, größer werden sie zum Ende hin. Oder eben wie Feld 24 oder gar sogar Feld 28. Sehr, sehr groß. Hier oben ist der Forsthof, auch schön eingezeichnet. Hier haben wir also ein Waldgebiet. Ganz passend, also dementsprechend dort einen Forsthof hinzubauen. Ich weiß nicht, ob da eine Straße hinführt. Das kann man jetzt auf der PDA-Karte nicht erkennen. Aber das werden wir rausfinden. Ich würde sagen, da fahren wir gleich einfach mal hoch und gucken uns das an. Felder sind von der Aufteilung her, von der Größe, ist das völlig in Ordnung. Also von den verschiedenen Größen, wie ich finde. Das hier ist etwas kurios. Ich weiß nicht, ob es das wirklich irgendwo so gibt in dieser Art. Aber schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Also von daher, alles gut. Alles gut. Ich würde sagen, wir steigen mal in unseren John Deere. Motor starten. Und dann fahren wir mal. Und hier, das habt ihr gerade auch noch gar nicht gesehen. Hier, eine Riesenbrücke. Man kann sie leider nicht bis zum Ende durchfahren, weil da ist die Karte zu Ende. Aber, sehr coole Sache, oder? Geht das da? Ne. Die Karte ist zu Ende hier. Die ist abgeschnitten hier quasi. Aber ist jetzt nicht so wild. Vielleicht wird da ja nochmal weitergebaut irgendwann. Wer weiß. Vielleicht hat sich ja der Mapbauer dort etwas gedacht. Manko für mich, der Hof hier direkt an der Brücke. Das finde ich nicht so schön. Aber man kann ja auch den Hof auf der anderen Seite bauen. So, da müssen wir jetzt mal eben gucken, wie kommen wir denn da überhaupt hin. Wir fahren mal hier rechts. Wir folgen mal dem Verkehr. Mal gucken, was passiert. Ich habe das nämlich gerade eben aus der Luft schon gesehen. Seht ihr das? Hier mit dem Tunnel. Eine sehr coole Sache, wie ich finde. Eine tolle Idee. Habe ich so bisher, glaube ich, noch nirgends gesehen. Und hier seht ihr das ja. Das ist schöne hohe Berge. Oder Bügel, besser gesagt. Richtige Berge sind das ja jetzt auch nicht. Mit Gesteinsbrocken. Wir fahren jetzt hier mal schön über die Leitplanke auf die Autobahn. Einfach, weil wir es können. So, müssen wir hier wieder runter? Ja. Ich glaube, hier müssen wir wieder runter. Ja, Entschuldigung. Ja, insgesamt. Das finde ich ist wirklich sehr gelungen. So, wo willst du jetzt lang? Nach links. Gut. Auch hier mit der Unterführung hinter uns da. Das ist auch super. Schick. Wirklich schick. Und ja, hier, guck mal. Hier kann ich mir schon vorstellen, einen Hof hinzusetzen. Das finde ich schon ganz angenehm, Leute. Das muss ich wirklich sagen. Das ist schick hier. Da könnte ich mir vorstellen, ist das, glaube ich, auch ein bisschen größer von der Grundfläche. Da könnte ich mir schon super vorstellen, da einen Bauernhof zu errichten. Also, das ist ganz schick gemacht. Hier gegenüber das Feld, äh, hinter uns, haben wir eben diesen besagten, ja, wie kann man das nennen? Ist einfach so ein... Oh, guck mal, was ist das denn? Da wurden die, äh, Verkehrsschilder dazwischen geparkt. Sehr cool. Ich würde mal sagen, das wird noch abgeändert. Könnte ich mir vorstellen. Gehören hier wahrscheinlich eher nicht hin. Zumindest nicht in diesem, in diesem Ausmaß. Also hier haben wir die, die Stadt. Falkland, würde ich sagen. Heißt sie? Er hat doch überall hier Ortsschilder hingestellt. Gucken wir einfach mal drauf. Nee, wir sind hier in Harle, Gemeinde Wabern, Kreis Schwalm-Eder. Aber, wenn jemand von euch diese, äh, ich häng fest, diese Gebiete kennt, einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, wo genau das liegt. Und, ob es das überhaupt tatsächlich gibt, kann ich auch selber googeln, aber, wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Äh, wir schauen jetzt mal, wo fahren wir denn mal lang? Ich würde sagen, wir fahren einmal hier durch, durch die Stadt, fahren hier wieder hoch und fahren dann mal hier oben gucken, ob wir eine Straße finden zum Forsthof. Ja, lass uns das mal so machen. So. Ähm, guck mal, dann fahren wir hier diesen, diesen kleinen Bogen. Ja, wir kürzen mal eben ab. Hier haben wir eine Verkaufsstation. Oh, jetzt sind wir hier in einem, äh, kleinen Gewerbegebiet oder sowas. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Ja, das sieht doch gut aus hier. Oder ist das die Straße? Ich glaube, es ist keine richtige Straße hier. Äh, es scheint eher so eine Art Fußgängerzone zu sein oder sowas. Da fangen wir mal vorsichtig, nicht, dass wir irgendwie hier rumdonnern. Und weil es hier eine Laterne platziert, das sieht bestimmt nachts ganz nett aus. Also das ist schon ganz schick hier, ne? Klein, idyllisch, ruhig. Das sieht nicht so aus, als wenn die Leute hier irgendwie Stress haben. Schön. Sowas mag ich. Ich bin ja auch nicht so der Stadtmensch. Ich bin ja auch eher Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof, äh, ohne Zug. Auch gut. Wir verlassen jetzt Hale wieder. Und ja, guck mal, das ist doch auch hier wieder mit so einer Unterführung. Und, schön, da ist auch noch mal, oh, guck mal, da ist noch eine Riesenbrücke. Noch größere. Ah, Wahnsinn. Und das sind hier eben diese besagten Felder. Auch lustig angelegt, ne? Aber hat was. Irgendwie hat's was. Ah, guck mal, jetzt hier kommen wir in so einen Feldweg, beziehungsweise auch so einen Feldweg. Machen wir nochmal so. Ich mach hier zwischendurch mal ein paar Screenshots. So, jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob wir, ich lass mal die PDA-Karte wieder an, damit ihr wisst, wo wir sind. Ob wir da irgendwie jetzt Richtung Forstruf kommen. Ja, das sieht so aus, ne? Da hat er auch den Weg angelegt, genau. Ein bisschen zugewachsen, aber sonst. Ah, schön. Ach, mir gefällt das hier. Muss ich tatsächlich sagen. Aber für noch ein Projekt haben wir leider keine Zeit. Ansonsten würde ich gerne die Hopfwach spielen, aber das schaffen wir natürlich nicht. Zeitlich, glaub ich zumindest, vielleicht krieg ich's doch noch irgendwie unter. Aber Falkland, find ich, ist auch, äh, gefällt mir ganz gut. Da hinten sieht man schon den Wald. Bäume ohne Ende. Ja, und dann, äh, kommen wir hier tatsächlich gleich zum Forsthof. Da hinten ist er, ich kann ihn schon sehen. Ja, und wenn ich mal so da an den Horizont gucke, ähm, da haben wir jede Menge Bäume. Und dementsprechend bietet sich das hier wirklich an, einen Forsthof hinzusetzen. Wir fahren mal einfach hier über die, über die Wiesen rüber, über die Felder. Da ist auch so ein bisschen schon gemäht worden. In Dreiecksform. Sehr cool. Fahren wir hier mal kurz so hoch. Jetzt würde mir mal interessieren, wie viele Bäume das eigentlich tatsächlich sind. Oh, das sind schon einige, ne? Hier kannst du aber gewaltig, äh, äh, Forstwirtschaft betreiben. Holla. Guck dir das mal an. Das sind einige Bäume. Man merkt das auch so ein ganz bisschen an der Performance. So einen ganz kleinen Tacken hat es hier gerade geruckelt. Aber schön. Wahnsinn. Da hat er sich viel Mühe gegeben. Viele Bühme. Viele Bühme verpflanzt. Nein, viele Bäume verpflanzt. Schön. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Map findet. Und, äh, ob das eine wäre für euch zum Spielen. Für mich grundsätzlich finde ich die eigentlich ganz schick. Ich würde mich für den zweiten Hof aber entscheiden, weil der andere direkt neben der Brücke. Das wäre nicht so meins. Guck mal, da sieht man auch die anderen Brücken noch. Ah. Schön. Das finde ich gut. Das war eine gute Idee von ihm. Von dem Erbauer. Äh, klasse Geschichte. Link packe ich euch in die Beschreibung. Und damit ist diese wunderbar kurze Map-Vorstellung auch schon wieder zu Ende. Wenn sie euch eben, wie gesagt, gefällt, könnt ihr gerne bei Mod-Hoster runterladen. Link packe ich in die Beschreibung. Credits kommen in die Beschreibung. Selbstverständlich. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao. Da hinten ist so noch eine ganz andere Brücke. Eine noch größere. Die treffen sich da. Allerdings nicht. Sie sind beide einfach zu Ende, glaube ich, ne? Sieht so aus, ja. Okay, jetzt aber wirklich. Macht's gut, Leute. Ciao.